Einen schönen guten Montag und damit herzlich willkommen in einer neuen Börsenwoche und zum aktuellen PQ Primetime Chart Check, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. Wir starten die neue Woche mit einer neuen Chartanalyse bzw. einem Update auf Nordex. Warum? Das sehen wir direkt im Chart, da ist nämlich ganz offensichtlich die Luft raus. Oder? Zumindest auf den ersten Blick, aber wie so oft im Leben lohnt sich hier durchaus ein zweiter. Denn die Flagge, von der wir vor zwei Wochen schon gesprochen haben, ist weiterhin intakt. Dabei scheint sich nun sogar ein kleiner Boden knapp oberhalb von 12 Euro ausgebildet zu haben, der wiederum geeignet ist, Bewegungspotenzial aufzubauen. Womit wir wieder beim Thema Ausbruch wären. Auf der Oberseite müsste es da zwingend über 13,86 und damit über das Mai-Top hinausgehen. Wobei zur Bestätigung, da kommen wir einfach nicht drum rum, auch die 14er Marke geknackt werden muss, Großbuchstaben, bevor an eine bullische Auflösung der Flaggenformation gedacht werden kann. An den nächsten Kurszielen hat sich natürlich nichts geändert. Die sind weiterhin bei 15 und 15,75 zu finden. Erst dann könnte über eine Rückkehr in die Kursbereiche bei 19-20 Euro spekuliert werden. Was uns direkt zur saisonalen Auswertung bringt. Denn siehe da, Nordex startet Mitte Juli, die zweitstärkste Longphase des Jahres. Und in den sechs Wochen bis Ende August geht es dabei im Schnitt über 9 Prozent nach oben. Das ist deshalb so spannend, weil vorher, ab dem 29. Mai, um genau zu sein, eine starke Shortphase läuft, die ein durchschnittliches Minus von rund 7,5 mit sich bringt. Und das hat es auch, das hat beluppt, das hat auch in diesem Jahr durchaus gepasst. Deshalb schauen wir jetzt auch noch schnell auf die Unterseite. Und da ist zunächst nichts in Gefahr, solange es nicht unter das Mai-Tief bei 11,82 zurückgeht, schon gar nicht per Tagesschluss. Andernfalls müsste direkt mit einem Test der Haltelinien bei 11,50 und 11 Euro gerechnet werden. Wobei, Stichwort Linie, der GD 200 bei 10,68 ebenfalls auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Anschließende Absacker bis 10,9,50 Euro nicht ausgeschlossen. Ja, und damit sind wir auch schon durch für heute. Ihnen noch einen schönen Tag und einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür und Servus bis morgen.